Nicht alles, was in deiner Kindheit passiert ist, war gut für dich. Wenn du Momente hattest, wo du selber merkst, Mensch, die waren nicht so toll für mich, dann erkläre ich dir in diesem Video, wie du eine schlechte Kindheit aufarbeiten kannst. Wir reden darüber, was ist eigentlich eine schlechte Kindheit? Wir reden darüber, was bringt mir das eigentlich, wenn ich das aufarbeite? Wir reden dann darüber, wie geht man da vor? Also, was ist der wirklich effektivste Prozess aus meiner Sicht, um die Kindheit aufzuarbeiten? Und wir werden auch darüber reden, was sind denn eigentlich für Ergebnisse möglich? Was kann man schaffen, wenn dich das interessiert? Viel Spaß bei diesem Video. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon. Ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen genau bei dem Thema des heutigen Videos. Ich helfe Menschen, sich im Hier und Jetzt weiterzuentwickeln, ihre wiederkehrenden Herausforderungen zu lösen, indem ich ihnen helfe, ihre Kindheit aufzuarbeiten. Deswegen quatschen wir jetzt nicht lange weiter rum, sondern springen direkt ins Thema rein. Die erste Frage ist ja, was ist eigentlich eine schlechte Kindheit? Wir müssen jetzt mal ganz genau trennen. Nur weil uns etwas Schlechtes passiert ist, hatten wir nicht gleich eine schlechte Kindheit. Warum sage ich das? Weil wir alle, egal ob es du, deine Mutter, deine Nachbarn oder ich sind, wir alle hatten Erfahrungen in der Kindheit, die gut für uns waren und welche, die nicht gut für uns waren. Und wenn ich sage nicht gut für uns, dann meine ich typischerweise nicht gut für unsere Entwicklung. Die haben uns negativ geprägt. So, und wenn wir jetzt sagen, ich hatte eine schlechte Kindheit, dann ist es typischerweise eine Bewertung. Entweder weil jemand auf dein Leben blickt und sagt, du hattest eine schlechte Kindheit oder du selbst sagst, ich hatte eine schlechte Kindheit. Und das kann natürlich alles bedeuten. Das können Eltern sein, die sich nicht für mich interessiert haben. Und das macht diese Erfahrung für mich zu einer schlechten Erfahrung. Das können Eltern sein, die mich geschlagen haben. Ich kann eventuell geflüchtet sein vor irgendwas. Körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt. Vernachlässigung, habe ich schon gesagt. Es kann harte Bestrafung, es kann eigentlich alles sein. Ja, deswegen einfach mal, egal ob du deine Kindheit als schlecht oder nicht schlecht ansiehst, es macht Sinn, da nochmal genau hinzugucken. Denn selbst wenn du sagen würdest, ich hatte eigentlich eine gute Kindheit, kann es immer noch Anteile geben, die schlecht für deine Entwicklung waren, also die dich negativ geprägt haben. Und da kommen wir jetzt quasi auch schon zum nächsten Schritt. Die Frage, naja, warum soll ich mir das denn angucken? Was bringt mir denn das? Und der größte Nutzen, die eigene Kindheit aufzuarbeiten, ist, wiederkehrende Herausforderungen zu lösen. Oder beziehungsweise die innere Handbremse, wie man so schön metaphorisch sagt, zu lösen. Was heißt das? Wenn wir im Erwachsenenalter irgendwas haben, was wir nicht so toll finden, was einmalig da ist, dann sind das ganz häufig Umstände. Also, ich wurde einmal in der Partnerschaft betrogen, zum Beispiel. Oder ich habe einen Job verloren und mir geht es richtig schlecht, ich habe eine depressive Phase. Das sind typischerweise aktuelle Lebensumstände. Aber wenn wir Situationen oder Dinge haben, die immer wiederkehren und wir können sie einfach nicht loswerden, dann sind das typischerweise keine aktuellen Umstände, sondern sind das Muster. Und diese Muster gibt es, weil dir in Kindheit und Jugend irgendwas passiert ist. Ich gebe ein paar Beispiele. Vorhin habe ich das Beispiel Fremdgehen oder Betrogenwerden genommen. Wenn du merkst, ich hatte bis jetzt fünf Beziehungen und in jeder Beziehung wurde ich betrogen, dann könntest du jetzt sagen, alle Männer oder alle Frauen, mit denen ich zusammen war, das waren böse Menschen. Das ist theoretisch möglich, die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem klein. Da ist die Frage, was bringst du mit in diese Dynamik, dass das immer und immer und immer wieder passiert. Und die Behauptung, die These in meiner Arbeit ist, wenn etwas immer wieder kommt, dann hat das typischerweise seinen Ursprung in Kindheit und Jugend. Es könnte aber auch sein, dass du einfach generell immer wieder Gefühle hast, die du nicht willst. Zum Beispiel, du bist immer wieder ganz schnell wütend oder du fühlst dich immer wieder ganz schnell abgelehnt oder ungeliebt. Du hast immer wieder Ängste vor irgendwas, vielleicht Verlustangst oder soziale Ängste. Irgendwelche Gefühle, wo du weißt, ich müsste die nicht haben, das ist übertrieben oder die nerven dich und du kannst sie aber selbst mit Absicht nicht abstellen. Wenn das der Fall ist, ist das ein Hinweis auf eine Kindheits- und Jugendprägung. Oder du hast wiederkehrende Verhaltensweisen, die du an den Tag legst, die du nicht willst. Du lügst immer wieder, obwohl du weißt, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich will das nicht, aber häufig, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, sonst gerad ich in Schwierigkeiten, fange ich an, ein bisschen was zu lügen oder die Wahrheit zu verdrehen. Oder du merkst, du klammerst immer wieder. Oder der Klassiker, du kannst keine Grenzen setzen, du sagst irgendwie immer ja. Du machst immer das, was die anderen wollen und dir fällt es schwer, für dich einzustehen. Das sind alles Verhaltensweisen, wo viele Leute, manche Leute sind sich darüber gar nicht bewusst, viele Leute sind sich darüber bewusst und denken sich, Alter, ich würde das gerne anders machen. Aber ich kann nicht. Und dann kommen viele Leute zu der Erkenntnis oder zu diesem falschen Gedanken, so bin ich nun mal. Und eine Sache kann ich dir sagen, ist gar nicht der zentrale Fokus dieses Videos, aber du bist nicht da. Du bist nicht die wiederkehrende negative Gefühle und du bist auch nicht die wiederkehrende negative Verhaltensweise. Das, was da passiert mit dir, ist ein Resultat aus deinen Kindheits- und Jugenderfahrungen. Du bist damit nicht geboren. Und jetzt, wir sind ja gerade bei Punkt 2, was bringt mir das? Wenn ich meine Kindheit und Jugend also aufarbeite, das, was mich negativ geprägt habe, in Anführungsstrichen loswerde, oder Abschwäche müsste man eher sagen, dann sinken meine Probleme im Hier und Jetzt. Also die negativen Gefühle werden weniger oft oder weniger stark oder diese negativen Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, ich bin besser und besser in der Lage, diese nicht mehr zu zeigen oder weniger zu zeigen oder mich absichtlich umzuentscheiden. Das ist dein Riesenvorteil. Also auf den Punkt gebracht, du kannst wieder das Zepter in die Hand nehmen über dein Leben. Du bist nicht mehr Opfer deiner Gefühle oder automatischen Verhandlungsweisen. Verhandlungsweisen habe ich gesagt. Ich meine Handeln, Handlungsweisen, Verhaltensweisen wollte ich eigentlich sagen. Genau. Ja, also du bist wieder mehr am Steuer deines Lebens. Das ist der große Vorteil, die eigene schlechte oder nicht schlechte Kindheit aufzuarbeiten. So, und jetzt kommen wir auch schon zu Punkt 3, und zwar der Frage, wie geht man denn da vor? Wie kann man denn die Kindheit aufarbeiten? Das, was da passiert ist, in irgendeiner Form abschütteln. Und ich stelle jetzt den Prozess vor, für den ich einstehe. So arbeite ich mit meinen Kunden und Klienten. Und du wirst nachher auch sehen, das funktioniert wirklich wunderbar. Ist das der einzige Weg auf Erden? Mit Sicherheit nicht, aber aus meiner Sicht einer der effektivsten Wege überhaupt. Und das wird jetzt, ich gebe dir jetzt einen Blick von oben über die einzelnen Schritte. Ich werde jetzt nicht mega, mega ins Detail gehen, weil sonst platzt das hier alles. Ich meine, ich arbeite mit Leuten typischerweise ein halbes Jahr. Ich kann jetzt nicht ein halbes Jahr hier in ein paar Minuten reinbrechen, aber ich will dir zumindest einen Überblick geben. Der erste Schritt, der passieren muss, ist erstmal zu gucken, das ist im Grunde eigentlich Diagnostik. Der erste Schritt ist zu gucken, wie bin ich denn geprägt? Die eigenen Prägungen identifizieren und benennen können. Was ist es? Ist es ein Thema der Unzulänglichkeit, also im Sinne von ich fühle mich nicht gut genug? Oder ist es ein Misstrauensthema? Ja, also was ist die Prägung? Ja, was ist im Grunde quasi, wenn man es einfach übersetzen will, was ist das Endresultat, mit dem ich heute zu kämpfen habe, was früher entstanden ist? Ja, das ist Schritt 1. Wir müssen erstmal wissen, was da ist, damit wir wissen, was zu tun ist. Schritt 2 ist die Ursprungssituation oder die Ursprünge dieser Prägungen herausfiltern. Was heißt das einfach übersetzt? Wir wollen rausfinden, wo das herkommt. Wo kommt das her? Denn die These ist, egal wie alt du jetzt bist, 30, 40, 50, 60, ist egal. Als du Null warst, gab es das nicht. Als du Null warst, du wurdest damit nicht geboren. Aber wenn du jetzt das Problem hast, hast du es irgendwo aufgesammelt. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Uns allen passieren Dinge, die gut für uns sind und nicht so gut für uns sind, auch für unsere Entwicklung. Und jetzt geht es, also im zweiten Schritt geht es darum, ganz genau herauszufiltern, welche Lebenserfahrung in meiner Kindheit und Jugend haben dazu beigetragen, dass ich heute die Herausforderung habe, die ich habe. Weil es können auch negative Dinge passiert sein, die haben keine Auswirkung auf uns. Das ist möglich. Und wenn wir dann diese für uns bedeutsamen, wichtigen, prägenden Situationen herausgefiltert haben, dann haben wir sozusagen eine Einkaufsliste. Dann wissen wir, eine To-Do-Liste haben wir dann eigentlich. Wir wissen, was zu tun ist. Egal, ob es bei dir drei prägende Situationen waren oder 13. Es ist völlig egal, aber der Schritt 2 ist dazu da, um genau herauszufinden, welche waren das. Wir wollen auch nicht nur zwei von sieben herausfinden, wir wollen sie im besten Fall alle herausfinden. Denn dann ist der dritte Schritt nämlich am effektivsten. Und zu dem dritten Schritt kommen wir jetzt. Der dritte Schritt ist die sogenannte Entmachtung. Was heißt das wieder? Einfach übersetzt. Das, was uns damals geprägt hat in unserer Kindheit, das hat heute noch einen Einfluss. Also mal angenommen, du bist heute so alt, wie du bist, dann sind deine prägenden Situationen meistens schon Jahrzehnte her. Zwei Jahre in deiner Kindheit und Jugend. Und trotzdem haben die noch so einen Rieseneinfluss auf dein Leben. Und diesen Einfluss, den wollen wir kleiner machen. Wie machen wir den kleiner? Indem wir das emotionale Gewicht von diesen, von Schritt 2, von diesen prägenden Erfahrungen kleiner machen. Ich sage immer, wir können das nicht auslöschen. Wir können nicht einfach sagen, ist nicht passiert. Weil das ist Teil unserer Biografie. Die gute Nachricht ist aber, wir müssen das auch nicht auslöschen. Denn wir können in unserem Kopf und auch in unserem Herz, wenn man das jetzt mal metaphorisch sagen möchte, können wir das wieder gerade biegen mit gewissen Herangehensweisen. Das ist Teil des Schrittes, des dritten Schrittes. Die Entmachtung heißt einfach, es ist was passiert und für mich ist das heute noch ganz, ganz schwerwiegend. Egal, ob bewusst oder unbewusst. Es kann auch sein, dass mir gar nicht klar ist, dass das schwerwiegend für mich ist. Aber es ist schwerwiegend und ich kann dieses Gewicht davon wegheben und dann gibt es ein Aufatmen. Und wenn also quasi diese prägenden Situationen abgeschwächt werden, also entmachtet werden, dann sinkt dieser Einfluss ins Hier und Jetzt. Und was heißt das? Was ist also der Vorteil davon? Dann, wir haben vorhin darüber gesprochen, die wiederkehrenden negativen Gefühle oder die wiederkehrenden negativen Verhaltensweisen, die unser Leben so bestimmen, die werden dann kleiner, seltener, weniger intensiv. Das ist der Riesenvorteil. Ja, also das ist der Schritt, wo meine Coaching-Teilnehmer dann häufig zurückmelden, ach, das ist erleichternd. Ja, ich kann wieder durchatmen. Ein Coaching-Teilnehmer hat mal gesagt, Ramon, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich mir das letzte Mal so leicht gefühlt habe. Das ist der dritte Schritt. So, all das geht nach innen in die Vergangenheit. Der vierte Schritt, den ich auch absichtlich an Schritt 4 gestellt habe, ist Glaubenssatzarbeit und Selbstwertarbeit. Warum an die vierte Stelle? Also jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung schon mal beschäftigt hat, der weiß oder der hört ständig, Glaubenssätze, 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 ihr müsst an allen Glaubenssätzen arbeiten, ihr müsst Affirmationen benutzen und so weiter und so fort. Und viele Leute machen das dann und denken geil und stellen dann fest, Mist. Das funktioniert für mich irgendwie nicht. Ich glaube mir selber nicht, wenn ich sage, ich bin toll oder was auch immer. Und das hat folgenden Grund. Ich gebe immer diese Metapher, Glaubenssätze in unserem Kopf sind ein bisschen wie Pflanzen. Wenn wir sowas wie Affirmationsübungen machen, dann ist es wie, als wenn wir den Wasser und Sonne geben. Das hilft, beziehungsweise es kann helfen. Das kann diese Pflanzen gesünder machen. Aber diese Pflanzen wachsen auf einem Boden. Und wenn dieser Boden kaputt ist, ausgetrocknet, vergiftet oder irgendwas, dann kannst du den Pflanzen so viel Sonne geben, wie du willst. Es wird sie nicht gesünder machen. Und dieser Boden sind im Grunde unsere Prägungen, also unsere negativen Kindheitserfahrungen. Wenn wir also in Schritt 1 bis 3 erst uns dem Boden widmen, dann fällt es uns auch leichter, uns dann den Glaubenssätzen zu widmen. Also ein Glaubenssatz ist das, was wir denken über uns oder die Welt, was wir für wahr halten, was aber nicht die Wahrheit ist, was wir glauben. Also zum Beispiel, wenn ich glaube, keiner kann mich lieben oder Männern kann man nicht trauen. Das sind alles nur Glaubenssätze. Oder ich muss immer perfekt sein. Das sind alles nur Glaubenssätze. Und wenn wir den Boden bearbeitet haben, dann ist die Glaubenssatzarbeit immer noch nicht geschenkt. Also ich kann da nicht schnipsen und dann ist alles gut. Aber dann ist, wenn der Boden schon mal gesund ist, dann kann man auch sich den Pflanzen widmen danach. Deswegen kommt das in Schritt 4. Es geht also darum, zu gucken, was für negative Glaubenssätze habe ich und diese dann in positive Glaubenssätze umzumünzen. Und Selbstwertarbeit ist im Grunde immer wichtig für uns alle, aber besonders auch, wenn wir negativ geprägt sind durch eine schlechte Kindheit. Wir müssen also wieder dichter an diesen Punkt kommen, wo wir überzeugt sind, hey, ich bin in Ordnung. Ich bin okay. Das ist Schritt 4. Und der letzte Schritt ist im Grunde der simpelste, aber bei weitem nicht der einfachste. Der letzte Schritt ist nämlich die Verhaltensänderung. Warum Verhaltensänderung? Nun, die Erklärung ist ganz einfach. All das, was du bis heute gemacht hast, hat dich an den Punkt gebracht, wo du heute bist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und erst, wenn wir uns anders verhalten, können unsere Resultate anders werden. Aber weißt du, was noch der viel größere Vorteil ist? Wenn wir immer wieder Dinge gemacht haben, dysfunktionales Verhalten an den Tag gelegt haben, also Dinge, die nicht so gut für uns waren, zum Beispiel, ich will eigentlich Nein sagen und nur, weil ich Angst vor Konflikten habe, sage ich, ja, okay, ich mache das. Dann hat das negative Konsequenzen für mich. Einerseits überlade ich mich unter Umständen, mache Dinge, die ich nicht will und ich zeige mir selber, ich bin mir nicht wichtig genug. Hat diverse Nachteile. Jetzt stell dir mal vor, durch die ersten vier Schritte haben wir genug innere Gelassenheit, Ruhe und Kraft entwickelt und Mut. und dass du dann in der Lage bist zu sagen, nee, ich will das nicht, also sage ich Nein. Und dann traust du dich das erste Mal. Das ist jetzt nur ein Beispielverhaltensweis, das könnte alles sein, ja. Und dann erlaubst du deiner Psyche nämlich eine Sache und zwar, deine Psyche kann verstehen, krass Mann, ich habe mich jetzt mal getraut, was anderes zu machen und ich lebe ja noch. Oder, das hat sich ja gelohnt. Oder, er ist zwar ausgerastet, aber ich konnte damit gut umgehen. Was du dann deiner Psyche erlaubst, ist eine positive Referenzerfahrung. Deine Psyche kann lernen, das, was ich vorher so stark vermieden habe, habe ich jetzt gemacht und es ist trotzdem alles okay. Und das ist wichtig. Ich sage immer, wenn wir den Glaubenssatz haben, die Sonne geht nie wieder auf. Wenn sie morgen aufgeht, kann ich den Glaubenssatz nicht mehr halten. Und deswegen wollen wir im letzten Schritt unser Verhalten ändern. Weil dann sind auch die letzten negativen Glaubenssätze über uns und die Welt nicht mehr haltbar. Meine Lieben, das ist der Prozess. Diese fünf Schritte. Also nochmal in Zusammenfassung. Wie bin ich geprägt? Wo kommt das her? Entmachtung, Glaubenssatzarbeit, Selbstwertarbeit und Verhaltensänderung. Es geht einfach, es geht einmal in die Tiefe hier rein und in die Vergangenheit und dann geht es in den Kopf und dann geht es ins Verhalten. Aus meiner Sicht der effektivste Weg, um die eigene Kindheit aufzuarbeiten. Und warum sage ich das? Wahrscheinlich einfach, weil ich auch gebiased bin. Das ist meine Arbeit, ja. Die halte ich für sehr sinnvoll und aber auch, und das muss man jetzt fairerweise sagen, ich denke mir das nicht aus, sondern ich lese jetzt etwas vor, was ich an Feedback bekommen habe von Leuten. Was reale Leute gesagt haben, was ihre Erfahrung mit dieser Arbeit war. Und ich nehme jetzt einfach mal, damit es nicht ewig dauert, ich nehme mal drei Sachen. Ja, vielleicht auch was, was nicht ganz so lang ist. Also es gibt hier so ein Rezensionsportal, wo Leute was schreiben können, wie war die Erfahrung, ja. Und davon lese ich das mal vor, das blenden wir auch ein. Eins der älteren Sachen ist zum Beispiel von Svenja. Svenja hat geschrieben, ich arbeite seit ein paar Monaten mit Ramon als Coach an meinen Kindheits- und Jugendprägungen. Ich habe noch nie so eine persönliche Entwicklung durchgemacht. Das wirkt sich auf alle Bereiche meines Lebens positiv aus. Das Coaching war die beste Entscheidung und Investition meines Lebens. Ramon ist einfach der Beste, er nimmt sich Zeit, ist auch zwischendurch in Notlagen da. Bester Coach. Ich kann ihn und das Programm jedem, der sich persönlich weiterentwickeln möchte, nur empfehlen. Denn das größte Gefängnis, in dem wir leben, sind unsere eigenen Gedanken. Danke, dass du mir dabei geholfen hast und immer noch hilfst, auszubrechen. Okay, ich wollte eigentlich nicht so etwas langes vorlesen, aber da ist nochmal wirklich gut auch beschrieben, wie es ihr, der Teilnehmerin so ging im Coaching, was wahrscheinlich auch nochmal einen guten Einblick bringt. Also die Überschrift ist, wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt gleichzeitig mit drei Fingern auf sich. Persönlichkeitsentwicklung par excellence. Anfangs war ich skeptisch, ob der Preis gerechtfertigt sei. Nach nur drei Monaten kann ich sagen, ja, es war schwer und ich habe die ein oder andere Träne verdrückt. Es dauerte drei Wochen, bis ich auf Kurs war. Das Coaching-Programm sagte mir von Anfang an zu, Step für Step und gegebenenfalls wieder von vorne. Ich denke nicht, dass ich alle Erfahrungen aus meiner Kindheit aufarbeiten konnte, aber allein die Auseinandersetzung mit der Kindheit hat mir sehr geholfen. Heute weiß ich, dass jeder die aktuelle Situation für sich bewertet und wahrnimmt. Ich weiß nun, wieso ich in einigen Situationen für andere überreagiere und was mich triggert und vor allem warum. Ich habe häufig versucht, unbewusst andere zu ändern. Heute nehme ich die Situation anders wahr und schaue, was mich gestört hat und wie ich besser reagieren kann. Mich ärgert sehr, wenn andere unfair oder unehrlich zu mir sind, etc. Aber ich kann sie nicht ändern. Wie ich in diesen Situationen reagiere, aber schon. Ich habe gelernt, was mir wichtig ist und achte viel mehr auf Menschen, die mir wirklich gut tun. Ich nehme Verhaltensweisen von anderen, die mir nicht gut tun, viel bewusster wahr und kann mich direkt davon lösen beziehungsweise distanzieren. Mein persönlicher Aha-Effekt kam in Kapitel 4, den ich in vielen Bereichen nach wie vor anwende. Genau. Schritt 4 ist ja, wie ich ja vorhin schon fest oder vorgestellt habe, ist die Glaubenssatzarbeit und die Selbstwertarbeit. Das ist auf jeden Fall etwas, was möglich ist. Jetzt nehmen wir noch mal was Kurzes. Nehmen wir das noch. Sinan hat geschrieben. Ich konnte meine negativen Gefühle und Prägungen lange Zeit unterdrücken und war fast schon ein Verdrängungskünstler. Auf dem steinigen Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer musste ich jedoch feststellen, dass mir meine privaten Probleme immer wieder im Weg standen. Durch die sympathische und menschliche Art von Ramon hatte ich keinerlei Hemmungen und wurde von Beginn weg effektiv und zielgerichtet durch meine Persönlichkeitsentwicklung gecoacht. Besonders hervorheben möchte ich die Fähigkeit von Ramon, dass er komplizierte und vermeintlich undefinierbare Konflikte rasch in seine Einzelteile zerlegen kann. Lesen kann er nicht offensichtlich. Und somit eine klare Basis für eine Herangehensweise schafft. Meine Lieben, es gibt da noch mehr zu lesen, aber ich wollte einfach nur Mut machen, dass es echte Menschen gibt, die stark negativ beeinflusst waren von ihrer Kindheit, von ihrer Jugend. Und die heute sagen, also ein Satz, ich weiß gar nicht, wer das war damals, irgendein vergangener Coaching-Teilnehmer hat mal gesagt, ach nee, das war eine Teilnehmerin und die sagte, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Auch sie hat beschrieben, am Anfang war das total schwierig für mich, mich abzugrenzen von meinem Elternhaus. Die waren nämlich Übergriffe hier manipulieren. und heute kann ich viel mehr die Themen der anderen bei denen lassen und nur meine Themen zu mir lassen. Und ja, das war der letzte Punkt dieses Videos letztendlich, meine Lieben, was man erreichen kann. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und gefallen. Wir haben quasi in diesem Video darüber gesprochen, was ist eigentlich eine, in Anführungsstrichen, schlechte Kindheit? Warum solltest du oder was sind die Vorteile, die eigene Kindheit aufzuarbeiten? Was ist der Weg aus meiner Sicht, der dahin führt? Und was für Ergebnisse sind möglich? Wenn du sagst, das dient mir, das klingt verständlich, das klingt gut für mich, ich möchte mich meiner eigenen Kindheitsaufarbeitung widmen, dann schau unten in der Box, dort findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch. Ja, also du findest dort erstmal ein Formular mit, ich glaube, fünf Fragen oder sechs, wo du deine Situation kurz darstellen kannst, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, könnten wir dafür grundsätzlich der richtige Ansprechpartner sein. Also ich meine ich. Und wenn das der Fall ist, dann bekommst du auch ein kostenloses Erstgespräch mit mir, wo wir darüber sprechen. Wovon willst du weg? Wo willst du hin? Und wir nochmal genau für deinen Fall angucken, was ist der Weg, um dort hinzukommen? Also unten in der Box findest du wie immer den Link. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Vertrauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.